Willkommen zurück hier bei Let's Play Life is Strange. In der letzten Folge sind wir einmal wieder ganz zum Anfang der Zeit gereist, waren dann in San Francisco und das Ganze haben wir auch wieder rückgängig gemacht und jetzt sind wir wieder zurück im Dark Room. Und ich würde sagen, wir machen mal das hier. Good answer. Good answer. Hey, your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering, you're about to die, a nose blade is a first world problem. Du bist ein first world problem. Oh. I had to let Victoria Chase go. You let her... Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh. As if you care. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry. I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something... There's something... Weird going on with you. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said... Something weird. There's that fear. Oh. Max. It's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss... Of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson. Please. Don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Max. Please. Don't do this. I promise. This final dose won't hurt. What? Damn! Können wir das irgendwie... And I promise you, no more nosebleeds. Wait, hold on. Can I... Can I please ask you for one last... Request? Oh. Ich dachte, wir hätten den irgendwie... ...gewarnt oder so. How can I deny that face? Hmm. Uh, excuse me. But... My throat is scratchy. Can I please have some water? Ich hoffe, das bringt was. Ich hoffe, das bringt was. Oh... Dr appropri, das... Die finalen Dose wird nicht verletzt. Was? David, schau mal! Wie? Wie wissen Sie das? Keine Schrauben, keine Balls. Jefferson, es ist vorbei! Du wirst mich nicht stoppen. Okay, so funktioniert das glaube ich auch nicht ganz so gut. Jefferson, es ist vorbei. Du wirst nicht stoppen. Ja, Herr. Okay, das hat irgendwie nichts gebracht. Jefferson, es ist vorbei. Lass es? Hm. Du wirst mich nicht stoppen. Okay, das scheint auch nicht zu funktionieren. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Jefferson, es ist vorbei! Das bringt nichts. Du wirst mich nicht stoppen. Du wirst mich nicht stoppen. Jefferson, es ist vorbei. Du wirst mich nicht stoppen. Du wirst mich nicht stoppen. David! Kick das Tafel! Ja, Herr. Ja, wow, der kickt ihn ja richtig hart. Jefferson, es ist vorbei. Du wirst mich nicht stoppen. Du wirst mich nicht stoppen. Jefferson, es ist vorbei. Oh, Herr. Max. Bist du okay? Bist du okay? Kannst du gehen? Ja. Danke, David. Danke. 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 Du bringst mich hierher. Wir fangen mit dem Scheiß zu. Das ist ein Scheiß. Herr Dean. Herr Jefferson. Jetzt ist es dein Geist. Es ist dein Geist. Es ist dein Geist. Es ist dein Geist. Es ist ein Geist. Er hat alles verbrannt. Er hat alle meine Bilder. Er hat alles verbrannt. Ja! Ich kann das Bild er ausfüllen. Er hat uns verbrannt. Schraub, kein Signal. Danke, Herr Jefferson. Aber du brauchst das noch nicht mehr. Ich wusste nicht, dass er so... Keine Ahnung. Keine Ahnung. David? Bist du okay? Schau an das Ort. Egal. Es fühlt sich wie ein Geist. Jefferson war... ...wass mich... ...wass mich... ...wass mich... ...wass mich... ...wass mich als er es mit Victoria Chase hat. Oh nein! Ich habe immer das Schwierig. Ich habe immer das Schwierig. Ich habe immer das Schwierig. Bis zu lange. Du musst nicht schmerzen, dein Lehrer. Du bist nicht ein Lehrer. Er war nicht ein realer Lehrer. Er hat nur... ...wann es ein Lektor. Er hat sich... ...wass mich... ...wass mich... ...wass mich. Ich wusste, dass Nathan Prescott war ein Threat. Er hat nur noch lange gewartet, um ihn zu neutralisieren. Jefferson hat ihn bereits. Er hat schon. Er hatte ein bisschen... ...weir Vater-Son-Son-Song. Aber... ...Nathen hat Rachele... ...und... 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 Ich sollte mehr zu sein sein. Wir machen alle Entscheidungen, die wir uns nicht mehr schrauben. Aber ich muss sagen, ich bin mir beeindruckt von dir. Und Chloe. Und deine Investition. Ich hatte alle die High-Tec-Toye, während du uns war. Vielleicht hat sie gelernt von dir. Ich glaube, sie hat nur gelernt, wie ich meine Gutes liebte. Du hast beide einen schweren Start. Und ich weiß, es war nicht einfach. Ich werde keine Entschuldigung für meine Verhandlungen machen. Ich versuchte, um ein guter Soldaten, aber ich war nicht so groß. Ich versuchte, um ein guter Vater, aber als Joyce mich auszulang, ich hatte nichts. Ich bin so sorry über das. Ich wollte das nicht passieren. Ich hätte niemals auf die Verhandlungen geöffnet haben. Ich hätte alle diese Files geöffnet haben. Ich werde euch erzählen, dass ich falsch war über dich. Sie liebt dich. Es ist ziemlich klar. Ich versuchte, nicht zu benutzen, wie eine Entschuldigung. Aber es ist schwer nach Hause nach der Krieg. Most people don't know or care what it's like Except Joyce She gave me hope A new life And you saved mine Chloe, is she She will be proud of you I just want to see her safe with her mother I promised Joyce I would go see a family counselor And I'll start by apologizing to Chloe I don't expect her to call me dad But maybe she'll stop calling me Stepdouche So, where is Chloe? David, um She was pretty stressed out So, um, she went to go Um, Medicaid Before I ended up in here So, she's okay Oh, thank God Once I'm happy Chloe's a stoner David, I have to go outside and get some real air And use my phone Of course Go on, Max You're brave soldier I'm glad Chloe has a best friend like you Go on now You've seen enough of this room Okay, jetzt sollten wir so schnelles Geet abhauen Okay, Teacher Let's see, what kind of photo evidence you shit all over this computer Oh That's victorious bracelet I bet Jefferson was going to use that to frame Nathan Okay, wir hauen ab Freedom Holy shit Holy shit This storm is real I need to find Warren Yes Warren, can you hear me? Yes Never mind Listen Do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah But why? It wasn't that great a shot Yes, it is And I want it Where are you? I'm at the Two Whales Diner Pretty much trapped in here with Joyce Thanks to this Armageddon weather I'm expecting the ocean to turn red I'm on my way Come on That's crazy You can barely walk on the sidewalk outside Seriously, Max Stay wherever you are I don't think the storm is getting smaller I'm kind of scared That's okay Me too But it's not over yet, Warren So hold on I told you I, Trust Limbo Have been warning you people for years That our culture of sin and entitlement Would lead to God striking us down And I'm the one trapped in this fucking radio station Somebody get me the hell out of here now Now, God damn it I don't like hail those praxis fans You have one new message Message received yesterday at 9 p.m Max, it's Nathan I just wanted to say I'm sorry I didn't want to hurt Kate Or Rachel Or I didn't want to hurt anybody Everybody Use me Mr. Jefferson Is coming for me now All this shit Will be over soon Watch out, Max He wants to hurt you next I'm sorry 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da hinzukommen Hey, that guy's trapped Da liegt hier jetzt einfach noch so ein Ball rum Mann, nein Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es Ich hasse es, wieso ist das, wieso spürt das immer so weit zurück? Wenigstens können wir das jetzt relativ fix überspringen Okay, den haben wir jetzt also quasi gerettet Ja moin, da liegt hier einfach schon so eine Leiche Death is everywhere Following me Hipster macht Bilder Idiot Das stimmt Man, wieso haben denn hier alle Alle so ein Mist gebaut Wieso, wieso, wieso haben die alle nicht auf sich eigen aufgepasst? Gut, ich würde aber sagen Ob wir es in Steiner schaffen, das sehen wir in der nächsten Folge Bis dahin Someday Someday We will foresee obstacles Through the blizzard Through the blizzard Today We will sell our uniform Live together Live together Live together Live together